Hi, Whisky Jason hier. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners und heute habe ich Jena Whisky Holzbock. Ich habe hier eine 5-Jährigen mit 55%. Der wurde 2011 destilliert und 2017 abgefüllt. Kostet ungefähr 62,50 Euro für eine, Achtung, Achtung, 200ml Flasche. Also richtig klein. Also ein Liter würde jetzt hier um die 130 Euro kosten. Und hier habe ich einen Holzbock 7 Jahre alt, 4 Jahre lang in Sherry gereift, davor 3 Jahre lang in eine Limousine Eichenfass mit 72% ABW. Also auch 2017 abgefüllt. Kostet dafür 35 Euro für eine 02. Also 35 mal 5 sind wir schon bei 165 Euro ungefähr. Für einen Liter nicht wenig, aber 7 Jahre alt, sehr neu im Programm. Sehr interessant. Wir werden hier jeweils ein bisschen was hier im Glas reintun. Ich werde den 75, Entschuldigung, 72%igen gar nicht mal probieren, sondern ich werde erst Wasser da reintun. Bei den 55-Jährigen werde ich schon ein bisschen Wasser da reintun. Und auch einmal ohne Wasser. Whisky Base, zumindest der 5-Jährigen ist schon drin. 7, 8, 5, 1, 5. Eine interessante Sache. So, seit 2006 wird dort in Jena am Whisky destilliert. Das ist... Wow, ich kann mein eigenes Schiff nicht lesen. Oh ja, genau. Ich habe doch mein Schiff. Danke Wolfgang. Also ich habe eine private Tasting bei ihm gemacht. Und er war in Jena, hat auch dann direkt hier die gekauft bei der Braugasthof Papiermühle. Und der Brennmeister dort ist der Michael Kanz. Es gibt einen Junior und es gibt einen Senior. Und da bin ich nicht ganz sicher, wer die Dinge hier gebrannt hat. Vielleicht war es Gemeinschaftsarbeit. Und diese Brennblase umfasst 300 Liter. Und das heißt, was kommt dabei heraus? Schätze mal, 12 Liter Alkohol oder 12 Liter Whisky kommt dabei raus. Also zwischen 80 A, B, W. Du tust 300 Liter vom Zeug rein. Also im Grunde ein Bier, eine Würze, ein Wurt. Und dann kommt 12 Liter destilliertes Zeug da raus. Die haben ein Arnold Holstein Feinbran Kolonne Distillerie oder eine Brennblase. Eine dreistufige. Und die sind dort in Jena in Thüringen. Das heißt, 2011 war das hier destilliert. Und 2017, das war praktisch dann 2010 oder 2009. Je nachdem, in welchem Jahr war das, ist das genauso. Die haben an ihren Fässern, das sind jeweils so 50 Liter. Da steht immer wieder darauf, Baltic, Baltische Fässer. Also im Grunde sind das Limousinenfässern, Holzfässern. Limousinen wird eigentlich das französische Eiche. Das ist französische Steineiche. Und das benutzt man meistens für Konjakfässern. Das Zeug ist sauteuer zu bekommen. Auch das erste Autos oder die ersten Autos, die Corroserie, wurde aus dieser französischen Eiche, diese Limousinen, auch denn dort hergestellt. Manche Leute behaupten, dass dadurch dieses Begriff Limousine herkommt von Limousinenholz. Meine Information online ist, das ist eine Zeitungsente. Das ist Quatsch. Das ist ein Hoax. Das ist nicht wahr. Gut. Lass uns erstmal hier. Und die produzieren insgesamt 300 Liter Whisky im Jahr. Das war's. Ja, also 300 Liter Whisky im Jahr. Das heißt, wenn die ihre 0,2 Flaschen hier nehmen, können sie 0 durch 5. Das heißt, 1500 Flaschen gibt es im Jahr von 0,2. Und das war's. Und das meiste wird dort direkt bei der Braugasthof Papiermühle in Jena verkauft. Ein bisschen wird auch online verkauft. Und man kann auch zu www.deutsche-whiskys.de von Jürgen Müller. Da hat er ihn auch im Programm. Kann man auch, glaube ich, auch was kaufen. Ja, ich werde den hier ganz kurz testen. Und dann kommt Wasser rein. Da kommt Wasser rein. Ich werde testen. Da kommt noch mehr Wasser rein. Denn alles über 70% ist Schwachsinn, den im Mund nehmen zu wollen. Also, diese Limousin-Holt habe ich tatsächlich in der Nase, würde ich behaupten. Also, das ist schon eine... Ich beschreibe es mit meinen Worten, wie immer. Stell dir mal vor, man hat einen Pappkarton. Ja, also diese braune Sache, wo nichts Bedrückter ist. Das ist richtig. Das ist so ein Umzugskarton. Das ist, wonach es ein bisschen riecht. Noch ein bisschen intensiver. Und da ist ein bisschen Gerste da rein. Also, die haben einen dreijährigen Holzbock. Die haben einen fünfjährigen Holzbock. Und einen siebenjährigen Holzbock. Den dreijährigen habe ich hier gar nicht gehabt. Ich habe überlegt, unterschiedliche Videos zu machen. Aber ich habe gesagt, komm, Leute. Also, ein Video für beiden reicht vollkommen aus. Ich habe bisher kein anderes Video online bisher gefunden. So hier, der jener Holzbock. Wenn man den eintrickt, jener Holzbock kommt dann sofort zu irgendwelchen Zecken. Also, da sind Zecken-Videos, aber keine Whisky-Videos. Irgendwas habe ich dann da. Was ist das nochmal? Also, wie ein Malz ist das, habe ich in der Nase. Wie eine Ovomotine, Ovomartine. Aber viel Alkohol. Ja, ich tue trotzdem Wasser vorher rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Also, jetzt habe ich den auf 48 vielleicht runter reduziert. Okay, jetzt entfaltet er sich ein bisschen besser. Das muss ich schon sagen. Das, was in der Nase da ankommt, ist wesentlich angenehmer. Vorher war es Alkohol. Also, jetzt, ich habe immer noch diesen Pappkarton und ich gehe bis hin zu einer Art Linoleum. Also, nicht PVC, aber ein Linoleum, den man so ein bisschen in der Nase hat. Das ist auch noch ein Naturprodukt, soviel ich es weiß. Und da ist auch ein Vanille da drin. Da ist noch eine Hefe da drin. Und da ist noch eine von der Montcherie, diese Kirsche, Weinbrand ist ein bisschen da drin. Also, das, was ich hier beschreibe, ist nicht besser, gerade eben wahnsinnig gut. Ich verspreche, das war echt richtig gut, wenn mit genug Wasser, ja. Das war, oder umgekehrt, ich habe es vergessen. Ich glaube, das war hier gut mit Wasser. Das wird nie gut. Das bleibt einfach nur hart, glaube ich. Einen Moment. Also, der ist echt gut. Also, da ist Süße, da ist Karamell, da ist Holz, das ist diese Limousin, diese QR-Kuss. Was war das denn da? Ich kann Peducula, ich versuche Lateinische zu lesen, diese französische Steineiche. Und ein bisschen dieser Cognac-Moment ist da. Der ist echt richtig gut, muss ich sagen. Also, der schmeckt mir echt gut. Also, der ist mindestens ein 2- heute. Und das war ein deutscher Wein, also Wein, deutscher Whisky, Entschuldigung. Ach, der Nase. Jetzt habe ich Steinpilze. Ich mache Steinpilze gar nicht. Die habe ich hier. Oh Mann. Man kann tatsächlich zu viel Wasser da reinhauen. Habe ich gerade eben hingekriegt. Auch Abol ist am Abgang immer noch nett ist. Tolle Farbe übrigens. Echt richtig, richtig gut. Also, der 5-Jährigen hat fast eine bessere Farbe. Ich weiß nicht, ob ihr das so erkennen könnt. Aber der ist ein Hoch dunkler als denn der 7-Jährigen. Das fand ich gerade eben auch interessant. So, ich gehe wieder zurück zu meinen 10 Tropfchen. So, und jetzt sind wir hier bei unserer 70. Ich habe hier auf meinen Zettel geschrieben 75%. Hier auf der Flasche habe ich aufgeschrieben 72%. Das weiß ich nicht. Also, das ist die Flasche 118 übrigens von 2017 von den 7-Jährigen Holzbock. Wie ich schon gesagt habe, drei Jahre lang war es in diese Limousin Holzfässern. Genau wie hier. Der war 5, der war 3. Und danach kam er für vier weitere Jahre in ein Sherryfass. Und der braucht Wasser. Also, bei 70 plus Prozent. Man sieht, wie dieses Wasser in dieses Alkohol verschwindet. Wie ein paar ölige Tropfen da rein geht. Und dann wird es verschluckt. Jedes Mal. Also, das ist wirklich... Das würde ich gerne auf eine Slow-Mo-Camera. Also, mal sehen. Das sah richtig, richtig gut aus. So, Nase. Das riecht besser. Intensiver, schöner. Diese Sherry-Note hier tut der nicht unbedingt sehr, sehr gut. Also, wenn ich einen Wunsch äußern könnte und dürfte, würde ich den gerne mit Madeira haben. Und ich glaube, ich werde gleich mir ein Experiment erlauben. Also, da unten habe ich meine Madeira-Flaschen. Und ich werde mir erlauben, ein paar Tropfen Madeira da rein zu tun. Und ich möchte einfach ein Experiment machen, zu sehen, wie es aussieht. Okay. So, meine Madeira Dolce habe ich. Das ist süß. Und meine Madeira 3, also, habe ich auch. Jeweils fünf Jahre alt sind die Teile. Danke nochmal, Sirko, dafür. Tolle Sache. Ich werde nicht hier mitspielen, denn das ist schon mit Sherry-Finish. Und von daher werde ich mir hier erlauben, tatsächlich noch einen zweiten hiervon zu nehmen. Ich tue ein bisschen Wasser da rein. Und ich tue ein paar Tropfen, jeweils von süß. Und jeweils von trocken da rein. Und schau mal, was passiert. Das interessiert mich echt. Ich liebe solche Spiele hier. Also, ich glaube, ganz tief in mir steckt so eine Art Master Distiller. Der versucht, Dinge miteinander zu kombinieren. Keine Ahnung. Wir sind noch bei 7-Jährigen. Also, wenn das im Video einen Tick zu lang ist. Sorry. Statt zwei Videos habe ich eins gemacht. Also, 7-Jährigen. Riecht scharf. Schmeckt auch scharf. Da ist was. Da ist was, was gut sein könnte. Er braucht aber viel Wasser. Aber genau diesen Punkt zu erreichen, wo er viel Wasser brauchte, nicht zu viel Wasser braucht, habe ich bisher, glaube ich, noch nie geschafft. Ich habe den bisher zweimal im Glas gehabt. Und auch wenn ich zu viel Wasser rein tue, bleibt er immer noch am Ende westlich und dennoch scharf. Also, irgendwie war dieser Alkohol nach diesen 7 Jahren, er bleibt einfach kantig. Er bleibt einfach mal scharf. Er bleibt einfach ätzend. Und deshalb habe ich irgendwie mit dem 7-Jährigen immer mein Problem gehabt. Sorry, Mr. Michael Kanz. Auch in der Nase ist er nicht ganz so schön wie der 5-Jährige. Also, der 5-Jährige scheint irgendwie ein Sweet Spot zu sein bei der Jena Holzbock. Also, ich sage persönlich, der 7-Jährige muss nicht sein. Sondern wir können tatsächlich uns hier gänzlich auf den 5-Jährigen hier konzentrieren. Und jetzt kommen wir zu Experiment. Würde eine Madeira-Finish, falls man überhaupt Madeiren-Fass bekommt, das war denn bei einer schwäbischen Distillerie das Problem, dass er nie ein Fass in sein Haus reingekriegt hat, die man immer zu groß wäre. So, ähm, ich mache hier meine 3. 3. Ähm, 1, 2, 3, 4. Also, das Zeug ist relativ hier, ähm, stark. Und hier... So, 1, 2, 3, 4. So. Ganz kurz mal eine Flasche hier zu machen. Jason kippt ab und zu länger um. So. Erstmal habe ich sie runter auf 46, 48% Wasser. Und dann habe ich jeweils 4 Tropfen Madeira dazu getan. Ähm, ich gebe dir eine Sekunde hier. Ich ruttel, ich schüttel. Ich erwarte hier von den Süßen, dass der mir besser schmeckt, als der von den trockenen. Einen Moment. Hm. Uh. Also, der wirkt tatsächlich hier schärfer, der Rechte. Vielleicht habe ich ein bisschen mehr drin gehabt und ein bisschen nicht genug Wasser gehabt. Hm. Hm. Wow. Good. Hm. Uh. Nett. So. Ein bisschen... Ich beschreibe es noch nicht. Bleibt auch lange im Mund. Ist schönes Zeug. Schön. Drei ist besser. Hm. Der schmeckt mir hier gar nicht so gut. Und jetzt die Frage des Tages. Was passiert? Hm. Nee. Also Dolce ist nicht gut. Wow. Das habe ich vergessen. Das ist so. Gebrannte Rosinen hinkommt. Ja. Also. Nee. Aber hier. Der Dry. Auch in der Nase. Jetzt wird es ein bisschen zu stark, glaube ich. Hm. Jetzt fängt es langsam dieser Rosinengeschmack zu dominieren. Und das muss nicht sein. Also zuerst habe ich das genau richtig hinbekommen. Also. Einige Tropfen Wasser. Drei Tropfen Madeira. Von diesem trockenen Madeira Fass wäre perfekt. Also. Lieber Michael Kanz. Falls du mein Video jemals schaust. Und jetzt auf die Idee kommst. Nicht nur mit Cherry Fässern. Sondern auch mal mit der Madeira Fässer zu arbeiten. Also. Ich kann euch echt empfehlen. Hier ein Dry. Fünf Jahre alt. Was auch immer. Fässer zu nehmen. Und dort deinen Whisky reinzutun. Ein bisschen Finish zu geben. Lecker ohne Ende. Vielleicht kriege ich eine Flasche oder zwei umsonst dafür. Dass ich dir diese wunderbare Idee gegeben habe. Und auch vorher getestet habe. Kannst du auch selbst testen. Also. Kauf dir einfach eine gute Flasche. Am Dry Madeira. Irgendwo kriegt man in Hamburg. Oder online. Oder wie auch immer. Und dann tu ein paar Tropfchen davon rein. Dann weißt du ungefähr wie das ein Fass schmecken würde. Danach. Ist gut. Ist richtig gut. Ohne ist dein Whisky auch gut. 2 Plus. Hey. Am Preis Leistung. Wie ich sagte jetzt hier. Also 26 Euro für eine 200ml Flasche ist schon heftig. Ja. Also das ist ein Preis von 120 Euro. Also weiß ich nicht. Also das kriegt bei mir ein 4 Plus. Ja. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber wenn du gerne einen guten deutschen Whisky haben möchtest. Und es gibt nicht sehr viele gute deutsche Whiskys. Und wenn du eine gute deutsche Whisky dort aus Thüringen haben möchtest. Sondern es gibt so viel. Ich weiß nur einen einzigen Thüringer der momentan produziert. Das ist dann jener. Zumindest laut Zeitungsartikel 2011, 2014 war es denn nur einer. Vielleicht ist noch jemand dazu gekommen. Der Holzbock. 5 Jahre alt. 2017 Edition war. Und ist richtig gut. Limousin. Holzfässern. 50 Liter Fässern. Genau richtig. Alles sehr schön. Danke. 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 Auch an Holger nochmal für diese Samples, die ich haben dürfte. Es war mir eine Ehre mit dir gemeinsam verschiedene Dinge zu probieren. Und es ist schön immer wieder auch hier vor der Kamera zu. Auch Sachen zu verkosten und auszuprobieren. So. Frage des Tages. Womit sollte man Whisky mischen? Natürlich. Der richtige Antwort ist gar nichts. Aber wenn man das mischen sollte. Sollte man ein paar ein bisschen Sherry reintun. Sollte man ein bisschen Port reintun. Sollte man ein bisschen Rum reintun. Sollte man ein bisschen Marsale Wein reintun. Sollte man ein bisschen Rotwein, Weißwein, Madeira Wein. Was sollte man da reintun? Sollte man Whisky oder andere Whisky hinzukippen? Oder Bier oder Wasser oder Milch oder Kohle? Was soll man da reintun, wenn man etwas da reintut? Also eine offene Frage. Ich bin gespannt auf eure Antworten. Immer liken, immer abonnieren, immer wieder auch dann hier bei meiner Sample-Liste schauen. Und auch, da sind auch Einzel-Samples. Also die werde ich auch hier online stellen. Das heißt, ihr könnt die kaufen. Und auch dann bei Amazon draufklicken und was anders kaufen. Das bringt mir ein kleines bisschen Provision. Das ist immer wieder eine schöne Sache. Vielen Dank dafür. Tschüss und bis morgen. Tschüss und bis morgen.